Lass mal laufen, die Kiste. Lukas, hast du gehört, was Metti macht? Der setzt das in Internet rein. Wenn du dann nach Opa hingehst und sagst, mach mal deinen Laptop an, ich möchte sehen, wie ich Motorrad fahre, kannst du das auf Opas Laptop gucken. Das schickt er dann nach Opas Laptop. Kannst du das auf den Laptop gucken. Erstmal muss ich die Gurke ansprengen. Ey, nicht so dolles. Hast du gehört, Lukas? Der riecht doch schon nach Sprit, ist versoffen. Der stinkt nach Sprit ohne Ende. Jetzt rauf. Dann kommst du in Internet. Du fährst hier einmal um die Runde. Erstmal hier. Ja, gib mal Gas. Ja, lass gehen. Oh, laser. Du fährst hier. Du fährst hier. Ich springst hier.